Assalamu alaikum meine Lieben, hier ist wieder die Radiga. Ich habe euch ganz vergessen, das beste Video von allem, die Bezahlung, was es gekostet hat, von gestern, von dem Souk-Video. Das Video ist irgendwie untergegangen, 5 Minuten. Ja, das kommt jetzt im Anschluss und dann schauen wir mal, was heute die Tiere sagen zu den ganzen guten Obst- und Gemüsesachen. Bis gleich. So, und der trägt uns das jetzt zum Auto, dem geben wir dann 5 Pfund. Der rechnet gerade alles zusammen. Die zwei Kraut müssen auch ein. Der rechnet. Mit Tän und Tessain. Mit Tän und Tessain. 290 Pfund, ich kriege noch 110 zurück. Und wo sind die 5 Pfund? Der Junge geht zum Auto und wir haben den Autoschlüssel. Ich finde. Ich mache auf. Der Kind. Ähm. Ah. Ah ja. Der bringt auch die Karotten. Für Etnin Hamza, ah super, Schukran. Also dann gibst du den Jungs. Nein. Du schämst dich? Also bitte. Sie. Ich schäm. Kirchent. Oder ich filme es. Guck wie süß die sind jetzt. Schukran. Der nimmt es einfach so. Schukran. Schukran. So, wir gehen jetzt weiter einkaufen. Was meinst du zu machen? Da in die Richtung. Kirchent. Schämen Sie sich. Komm. Guck mal, hier ist zu. Der Arme, der hat jetzt kein Geschäft gemacht. Ist egal. So, die Frau wollen wir mal nicht filmen. Die hat schon BES geklotzt. Nicht BES klotzen. Ich würde noch sie nicht zu filmen. Ich filme sie nicht. Nur von hinten. So. Fertig. Ihr nehmt mal den Schlüssel und tu sie mal in die Tasche. So, jetzt gucken wir mal, was hier los ist. Oh, die haben Pepsi. Nee, ich will keine. Ich will keine. Aber weißt du, ich guck mal, was die hier haben. Was ich noch schon lange vermisse. Was haben sie, was haben sie. Wir gehen in den einen Laden, wenn es den noch gibt. Oh, Bücher. Brauchst Bücher. Wir haben die Schnauze voll von den Büchern. Salamu alaikum. Das ist ja. Oh, Mausi. Ach so, ich dachte, das wäre Eis. Chicken. Agne Bayadei. Hast du gehört? Wie die rumschreien. Die kennen uns schon. So. Ja, das ist jetzt Aluminium City. Die haben auch ihre eigenen Supermärkte. Die leben hier und haben alles, was sie brauchen. Guck mal, Hühnchen, das ist immer billig, das Hackfleisch. Aber ey, das schmeckt wirklich ekelhaft. Das schmeckt besser, Rindfleisch. Ja. Aber weißt du was? Wir kaufen für die Katzen, bis das Ding kommt, zweimal Hühnchen, 50 Pfund eins. Dann mache ich wieder Nudeln. Nein, 48. Nimm mal Geld und zahl das. Nehmen Sie. Oh, Entschuldigung, die Handtasche. Gehen Sie rein. Ich gucke, was hier draußen noch ist. Und nimm noch eine Packung Nudeln mit. Ne, das bezahlen wir bei der Mona auf Hisab. Der Vater ist dieser Mann. Dieser Mann ist der Vater, der zahlt es dann. Hat die noch den Laden offen? Guck mal, Pepsi. Aber die haben nur noch die Dosen. Ich finde keine große Flasche mehr. Aber ich bin jetzt nimmer so auf Pepsi. Was ist denn das? Ist das was Neues? Plus, Soda. Oh, Soda. Dann nehme ich. Warte mal. Oh, Amstel. Ne, das ist wie, das ist neu. Das kenne ich nicht. Mit Limette. Das ist so ein, wie heißt es? Wie Birell. So ein Malzgetränk. Plus mit Kohlensäure. Tangerine, das ist doch Mandarine. Guck mal, ich glaube, ich will das mal probieren. Wer verfolgt das? Nein, nein, das ist bestimmt lecker. Das ist süchtig. Das ist Haram. Das ist Red Bull. Das darfst du nicht trinken. Die hat mir erzählt, als sie einen Tag trinkt, jeden Tag. Als sie einen Tag nicht getrunken hat, war sie richtig sauer. Ja, das musst du ihr sagen. Das sind Drogen. Wie Drogen abhängig. Das ist ihr gesagt. Die soll damit aufhören. Das ist nicht gut für sie. Da wird sie schnell krank, zuckerkrank, knochenkrank. Und das Wachstum wird geschädigt. Hast du ihr das schon gesagt, alles? Ja. Wo du bei Bikes, ihr gesagt hast, als sie da gesessen hat. Schau. Wann denn? Heute? Als du mit dem Auto vermischtest. So, mit dem Schwinn, sag ich. Whatever. So, ich sage dir hier. Assalamu alaikum. Allah salam. Die Batterie, ich frage mich, ob es rechargable ist. Ich weiß nicht. Die Batterie, äh. Super. Super. Power manufacturing. Nee, das ist nicht normale. Super energy. Okay. Ameldi, wahed maraou i u irmi. Sag, Aiza wahed. Äh. Nein, Aiza wahed. Wahed daimian. Nein, kala. Wie schahen? Kala, schau krank. Okay. Willst du auch so ein Getränk? Habe ich ganz... Such dir was aus, hab ich die... Ich gehe mal hier rüber. Guck mal, da gibt es die Melone. Guten Morgen, Babys. Guten Morgen. Guten Morgen, heute gibt es. Habfleisch mit Reis. Yes. Miau. Wie riecht das schon? Ah. Lecker, lecker. Komm. Jetzt sind sie draußen. Selber schuld. Komm, lecker, lecker. Oh nein. Mach Mut. Komm, lecker, lecker. Lecker, lecker. Pixi, komm. Nein, geht weg. Ist das ein Stress? Ist das ein Stress? Selber schuld, Pixi. Wir gehen jetzt. Alles gut. Hier. Guck mal, das. Pixi, komm. Mahmut, can you bring this cat? Pixi, komm, lecker, lecker. Komm. Komm. Lecker, lecker. Ja, hier, 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 hier. Putter, putter. Schukran. Ja, Labina. Jetzt sind wir vollzählig. Also. Und das Fleisch. Wie soll ich so. Au. Also nee, jetzt fall ich hier noch um. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Okay, bye. Schukran, you give your food for the chicken. Schukran. Mahmut helft mir heute. Schafe haben auch. Halas. Sudele, Leute. Heute mache ich Storytime. Dann seht ihr das bei Deutsche am Nil. Update von Hexe und Hexerich. Und was hier passiert. Hallöchen. Guck mal. Ganze Tüte voll heute mit Obst und Gemüse. Na, wir waren ja gestern einkaufen. Roh, roh. Ja. Oh, das Wasser ist wieder leer bei euch. Hey, denn nein. Ich komm, ich komm. Guck mal. Heute habt ihr. Könnt ihr euch voll. Fressen. Also machen wir erst mal eine Gurki. Guck mal. Wir haben super Bananen. Magst du Kraut eigentlich? Nicht? Karotten magst du. Ich hab auch neue Bananen. Guck mal, ganz neue. Hier. Psst. Hey, gib mir auch eine. Not all. Not all. Gib mir eine. Wahe Bas. Also. Hab ich noch eine? Nee. Guck mal hier. Gargir. Ayua. Gib mir eine. Komm, gib mir eine. Ich brauch nur eine für. Also. Wo bist du denn? Komm. Sheila. Hier. Also. Dumm. Dummkloffer. Du nimmst das. Ich weiß. Komm. Sheila. Die kannst du nicht fangen heute. Jetzt aber. Huff. Stress. Das wollte ich eigentlich für die Schildis wieder mitnehmen. Ihr habt genug. Hier. Das Wasser noch. Also. Dann leere ich das mal aus. Hier. Bis zum Winter haben wir hier. Also. Was nehme ich mit für die. Was trete ich jetzt? Für die Schildis. Kraut. Das esst ihr eh nicht. So. Karotte. Mögen die Schildis auch. Das war's. So. Und das. Die Hasen haben ihr Kraut. Aber die kriegen auch mal noch her. Das muss nur trocknen. So. Jetzt muss ich noch den Müll sammeln. Ich sag's euch. Das ist was immer hier. Lecker, lecker. Sim, sim. 100 Mülltüten. Hamdolillah. Okay. Lecker, lecker. Ja. Wie viel war's? 15 Pfund. 2 Kilo. Bananen. 50 Cent. 2 Kilo Bananen. Glaub war's. Ja. Guten Morgen, ihr Süßen. Einmal ein Kohlblatt. Einmal ein Kohlblatt. Wir jaulen da. Einmal ein bisschen Moloche, ja. Hier. Und hier die Stiele. Wo tun wir die hin? Die kommen da hin. Dann könnt ihr die Stiele wegfuttern. Vom Gargeer. Ja. Ja, ihr müsst Grünzeug essen. Guck mal, ich steck das immer hier rein. Und dann können die das mitfressen. Wenn ich weg bin, kommen sie dann. Ich fülle das noch. Hier ist die Tüte voller Futter. Bambi. 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 Und was so Neues. Ja, Bibi. Guck mal. Mona und Lisa. Bibi und Tina. Ich kann mich noch nicht entscheiden. Ich weiß es nicht. Bibi und Tina. Mona und Lisa. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Ja. Molochea. Lecker, lecker. Und ihr? Die gehen noch nicht. Nirgends noch. Ach, hier unten zu den Körnern Gänze. Ah ja. Und ihr kriegt, die kriegen auch Kraut. Ja. Hamselilla. Ja, lecker. Beeilt euch. Die Hasen kommen und fressen es weg. Hm? Das war ein bisschen wenig. Na ja, ich habe noch Pansen. Das taue ich auf gerade und dann kriegt ihr später nochmal. Ja. Das reicht für alle, glaube ich. Die haben noch Hunger. Heide, bim, bam. Okay. Ihr habt für heute Abend. Aber dann machen wir es halt früher. So, das ist jetzt für Gobi. Ist das zu viel für Gobi, gell? Ein bisschen. Der Karnickel da. Kraut. Ist gut für die Verdauung. Hanno, der Gobi braucht auch. Gehen wir weg. Ein Blatt kriegen die, die müssen das ja erst, ich habe nachher genug, aber die müssen es ja erst mal lernen. Ganz langsam mit neuen Sachen kommen. One. Jetzt wirklich schon. Ich beiße mich da ab, weißt du. Ganz ekelig. Entschuldigung. Was man nicht alles für die Tiere macht. Nein. Nein. Sorry. Boah. Haben wirklich zweimal Wirkreiz gekriegt. Kraut da im Gemütergosch. Boah. Mal spuggeln. So, weiter geht's. Bin abgehärtet. Ich sag's euch. Abgehärtet. So eine richtige Fellachin. Beurin. Komm, Gobi kriegt auch noch ein bisschen Moloche hier. Komm, ist gut. Für die Popperze. Ha, ha. Heidelei. So. Gehen wir auf Gobi Suche. Gaffi, hast du dein Futter gegessen? Hm, ist's weg? La. Guck mal, hier ist es. Ich habe seinen Napf nicht gefunden. Ich habe es. Lecker, lecker. Das schmeckt ihm nicht, dem Herrn. Also. Oh, die backt Brot. Schön. Jetzt gucken wir erst mal hier. Ah, die Tür ist offen. Ich glaube es gar nicht. Ich glaube es nicht. Nicht aufregen, Charlie. So, Balchir. Ha. Wie er, Ferial. Wie hager. Moment. Ayo, Ahena. Herrlöchen. War das schon auf den Lieferservice? Ja. So, schau mal. Heute gibt es mal ein Loch her. Das kennst du noch von letztem Jahr. Gargir, das Ganze ist für dich. Guck. Gargir. Krump. Krump. Waha. Alles für dich, Gubi. Alles für dich. Mein Baby. Ja. Die frische ist auch. Alles. Das weiß ich. Und dann hat er zwei Tage keinen Hunger mehr. Guck mal, den Müll da weg. Ja, guck mal. Lecker, Gobi. Lecker. Ist das gut? Boah, genau. Guck mal, wie das reingeht. Und die Karotten sind ja bockelhart. Komm, beiß rein. Ich halte es. Ich halte es für dich. Komm, ich setze mich hin. Komm, beiß rein. Boah, ich wollte es nur abknapsen. Abklipsen. Ist ja gut. Du musst du das jetzt so runterschlucken. Den ganzen Haps. Na gut. Mechig, Gobi. So, Füde. Und zack, ich freue mich, wenn das ganze Afshir weg ist. Dann können wir das endlich einen Bagger holen und den Müll abtransportieren. Das dauert halt noch ein bisschen. So, Schwiegermutter macht Wasser für die Esel. Da war der Schlauch eingeklemmt. Musste ich kurz mithelfen. So, Kulutamam. Und dann nehme ich den Reis wieder mit, wenn der Herr Garfield sich zu fein ist. Den guten Reis. Ich könnte mal sehen, wie sich die Katzen da drauf stürzen. Meine. Also, dieser Gobi. Äh, dieser Tiki. Guck mal, wie schön der wächst. Heidebim-Bam. Wunderbar. Ja, jetzt ist Wachsaison für sie. Wunderschön ist der. Hier. Ja, 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 ja. Guck mal, ich lege das rein und die kämpfen um die Tüte gleich. Und der Tiki-Wiggy. Hier. Ah, nur mal gucken. Zur Info. Guck mal, wie die um die Tüte kämpfen. Und der Tiki hat heute noch nichts gekriegt zu essen von mir. Guck mal, wie die Tiki-Tüte kämpfen. Guck mal. 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 Pumi. Aber da brauchen wir noch ein bisschen. Obwohl die eigentlich auch. Aber die haben gesagt, wir können nur mit zwei kommen. Mit zwei Katzen. Und mein Mann. Ich komme dann mit drei. Und dann. Ich habe eigentlich fünf. Jetzt haben wir einen extra Termin. In Luxor. Dann geht er da hin und gibt den. Guck mal, wie die abschlecken alles. Jedes Fitzel wird genutzt. Gell? Und wieder Tiki. Guck mal, die Kaninchen. I love it. Ja. Super Sache. So. Und jetzt brauche ich mein Rohr. So. Wellness. Habt ihr? Guck mal. Die will gar nicht. Die sind die. Die ist weg. Ah doch. Da. Da bist du. Dann hau rein, bevor die Hasen kommen. Ja. Ich schneide es nicht klein, Leute. Die müssen selber kämpfen. Oh. Oh. Ist das schön. Ist das schön. Da kommen die wieder. Ja. So. Shakira da vorne und Panda. Super. Panda. Solala. Ninja. Und Teddy. Seht ihr? Teddy. Und die anderen. sind vorne hier. Im Loch. Ja. Ich sag's euch. Ich hab grad die Sandy raus. Ob sie Kraut will? Vielleicht. Die Cindy ist schon weg. Die hat heute keinen Hunger. Ist ja Sommer. Jetzt nochmal. Cindy auf der Sandy. Und Angel auf der Kadiga. Angie, was willst du auf meiner Schulter? Ja. Trink mal ein bisschen. Mit der Hitze. Nee, die haben kein Durst. Guck. Die wollen raus. Angel. Komm. Ist doch gut. Du Kleiner. Also, die Princess hat sich hier dran gewöhnt. Guck, wie die raus können. Und die will wieder rein. Das war's. Fertig. Guck. Ach komm. Mach ich's dir klein. Ah, ah, nee, wo will die jetzt hin? Ja, die kann da auch rein jetzt, oder wie? Was ist, Rusty? Komm, lass sie mal, ich will mal sehen, wo die hin will. Du, ja, man muss die beobachten. Die können ja wochenlang, müssen die nicht fressen, gell? Da muss man sich keine Sorgen machen. Du kommst doch da nicht durch. Sindel. Ah, doch, die schafft es. Ist ja gut. Ich weiß, mein Weg ist ja gut. Und du? Beobachten wir. Ja, Leute, das ist halt Routine, man muss gucken. Gell, Bambi? Man muss die Tiere beobachten. Wann machen sie Pipi? Auch die kleine Sandy. Guck mal das Ding an. Oh, nee. Ja, lass los. Ich muss ihn, ich muss noch mal fühlen. Guck mal, die hat keinen Pilz mehr. Alles weg. Zeig mal deinen Bauch. Oh, ist da was? Du bist mir so ruhig. Ich spüre was, aber ich weiß es nicht. Und drei Wochen sind lang, bis wir einen Termin haben. Oh, Mann. Nachher kriegt sie in der Praxis die Babys. Super. Mit Kaiserschnitt. Noch teurer. Gell? Princess, you're fine. Ja, die Katzen sehen jetzt dünner aus wie im Sommerfeld. Oh, wer kämpft da? Tiggi, wiggi. La, Garfield mit dem Bambi. Und du? Trinkst du das Wasser? Bambi. Und die hat keine Angst. Guck, die guckt, was will der? Guck, die guckt, was will der? Ja, also die Schildkrötenleute sagen, man soll keine Schildis mit Katzen halten. Die würden sie fressen. Also meine Katzen fressen Schildis nicht. Weiß nicht. Ja. Also, Molochea schmeckt dir sehr gut. Kinder. Ja. Und dir? Die ist geschockt. Die muss da drin bleiben. Die hat auch Molochea. Und die andere frisst auch die Sahara. Wasser ist ausgeschüttet. Ich gehe wieder. Jetzt gehen wir mal gucken, ob der Gobi alles gefuttert hat. Kabel nach oben. So. Ja, Labina. Bon Appetit. Pass auf, die Kaninchen kommen. Fressen die alles weg. So. Gucken wir mal, was der Mr. Gobel macht. Na? Also, ein YouTuber aus Amerika nennt sein Truthahn Goebbels. Das wäre ja das Letzte. Goebbels sagt er immer. Goebbels. Ich weiß nicht, ob er den Politiker damit meint oder wen. Heidebimbam. Goebbels sagt er. Hei, hei, hei. Also hier, die Nana Pfefferminze. Ach, da kommen neue Triebes. Ist das so? Nee, das ist nicht Pfefferminze. Whatever. Guck, Tür angelweit offen. Warum auch? Zumachen. Die Blech. Ja. Wieso zumachen? Ja. Die Esel kriegen jetzt auch noch Mais. Und fertig. Der Gobi guckt. Was ist los? Bist du fertig? Ich bin auch dran, Alter, ich gucke. Okay. Super. Ich weiß, du frisch viel. Guck mal, hier ist noch eine Karotte unter deinem Panzer. Guck mal da. Was? Wo? Habe ich nicht gesehen. Danke. Bitte. So, siehst du, er futtert viel. Der Kleine. Hä? Der eine ist gekommen. Am Usabris habe ich euch aber schon erzählt. Wo ist der Stein? Was ist ein Stein? Der meint den Gobi. Der Stein. Den nennen wir The Stone. Ey, Stone, alles klar. Heidebimba. So, jetzt schleppe ich noch den Mais rum. Und dann gehe ich wieder rein. Wir mischen das hier. Wer hat denn das hier rein? Umgeknickt. Ach, komm. Was bleibt, das bleibt. Das geht, das geht. Alles Schicksal. Ja. Guten Appetit. Jetzt bin ich fertig. Und die Tür ist offen. Logisch. Ja, ich habe meinem Mann das erzählt mit dem Sack. Und der das macht, glaube ich nicht. So. Tschöpsel. Nicht aufregen, Charlie. Nicht aufregen. Jeden Tag. Ich bin die Müllfrau aus Deutschland. Gell? Ja. Was ist das? Das ist doch alles ein Becher. Alles Schrott. Habibti. Ich bin die Müllfrau. Ich bin die Frau mit dem Müll. und die mich guld und die mich guld sagt ich gerade und die und die und die mich und die mich die mich nicht ich schweb alle und die ich Aamie und alles, was ist das glaub ich. Ich habe noch lobe. Das ist weißig gut. Leute aus der Allemannien sind. Die Leute sind die bliebte. Ah! Das ist nicht gut. Da ist nicht blau. Es ist keine bliebte. ich frage ob gibt es dort auch boden wie hier sage ich ja natürlich es gibt aber auch zement so meine lieben das war's im video guck mache ich gleich ein neues video für die deutsche am nil story time hexerei und so könnt ihr dann angucken also bis die tage mache lehmer boi boi